ARD Text im Auftrag von Funk Thomas war klasse, genauso nochmal Ich liebe, wenn das so gut gemacht ist Und es ist in Deutschland relativ selten Dass man ein Format sieht, was spannend ist Und nicht nur intellektuell spannend, sondern auch optisch spannend Und szenisch spannend sozusagen Dass das immer Druck hat Das finde ich halt toll Und ich liebe das, wenn ich mich selber immer dabei ertappe Dass was, was eigentlich eher so konventionell ist Mir aber total gut gefällt Möchtest du was trinken? Element? Heute ist Limotag